Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute wollte ich einfach mal ein kleines Thema ansprechen. Ihr kennt mich. Ich habe endlich die 100 Abonnenten geknackt. Ich habe es bis jetzt nur auf Instagram gepostet. Und ich habe schon richtig viele Komplimente bekommen. Und bin einfach mega stolz drauf. Und es ist einfach eine riesige Zahl 100 Abonnenten. Ich glaube ich habe mittlerweile so 101 Abonnenten. Echt krass mittlerweile. Und ihr könnt euch natürlich auch auf ein 100 Abonnenten Special freuen. Ich bin momentan noch daran am Sitzen das zu schneiden und so. Das kann locker noch so eine Woche oder zwei Wochen dauern. Aber es wird kommen und ihr könnt euch schon drauf freuen. Gut dann würde ich einmal sagen für das kleine Video war es es dann auch mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja lasst einfach eine kleine Flasche Bewertung da. Wenn es euch Videos nicht mehr verpassen wollt. Lasst ein Abo da Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao.